So, Aufnahme läuft auch. Und die Frage ist immer nach dem berühmten Einstieg, ne? Aber es ist ... Ja, da wir jetzt ja den Rest weglassen, ne? Ist ja quasi ... oder nicht? Ich habe noch keine Ahnung. Also von daher bin ich da völlig leidenschaftslos. Machen wir einfach mal. Okay. Schon die siebte Ausgabe von Unternehmen wir was. Der Unternehmer-Schnack für dies und das. Ole, ole. Ich finde, wir schaffen das sehr, sehr schön, schnell unser Podcast-Konto aufzufüllen. Ja, Folge 7. Wer hätte das gedacht, dass wir überhaupt bis Folge 7 kommen, also ... Ja, ja, ja. Aber du, solange es Spaß bringt, ole, ole. Ja. Bevor wir irgendwas machen, sorry, bevor wir irgendwas machen, ich muss was loswerden. Ich koche innerlich. Ich koche echt innerlich. Geht auch tatsächlich um ein Medienthema im weitesten Sinne. Ich habe vor ein paar Tagen diese Sache mitbekommen von Sarah Connor mit Vincent. Hast du es mitbekommen, den Song? Nee, ich habe nur mitbekommen. Ach so. Okay. Grundgeschichte ist, Sarah Connor hat neue Scheibe, neuen Song und dieser neue Song heißt Vincent und geht darum, dass es um das Outing eines Jugendlichen geht und wie er damit umgeht. Soweit so einfach und hat dann eine erste Zeile, die da heißt, so ähnlich wie Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt und dann geht es weiter, bla bla. Aha. Äh, 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 so weit, so weit, so weit, ja, okay. Ja, okay. Umso schöner, dass du das noch nicht kennst, weil ich bin mal gespannt. Ähm, ähm, jetzt ist es so, dass einige Radiosender und zwar auch sehr namhafte Radiosender, was weiß ich, Antenne Bayern so mit über vier Millionen Zuhörern und so sagt, nein, also das können wir nicht senden, weil diese erste Zeile da drin ist. Und wenn dann die Familie irgendwie mit dem kleinen Kind diese Sendung hört und dann diesen Song hört und als erstes kommt dort diese Zeile, Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt, dann ist das ein Problem und Familienschutz und so weiter und so fort. Und frei nach dem Motto, wir sind zwar sehr tolerant, aber doch nicht so tolerant, dass uns eben halt jede Formulierung gefällt und diese Formulierung ist eben halt so schlimm in der ersten Zeile, dass dann der Song nicht gespielt wird oder tagsüber nicht gespielt wird oder die sind im Moment noch am Verhandeln, ob eventuell eine entschärfte Version gebracht wird. Weil ich gerade sage, sowas gab es da früher auch, was früher gab es immer mal wieder, dass wenn irgendwie scheiße, fuck oder, na, Pieps, äh, im Song. Genau, das wurde dann ausgepiept. Genau, entweder ausgepiept oder tatsächlich eine andere Version für, ähm, produziert extra fürs Radio. Gut, aber so eine ganze Zeile kannst du halt nicht auspiepen. Nee, das stimmt. Und Sarah Connor sagt, ganz klar, wir haben da auch mit der Plattenfirma drüber gesprochen, ich hab das mit meinen Kindern durchgesprochen, weil das auch wohl ein realer Fall ist, das ist wohl ein Bekannter von ihren Kindern. So, alles gut. Jetzt interessiert mich mal deine Meinung, gerade weil du das ganze Thema noch nicht kennst. Ja. Okay, nicht okay, Radiosender sagt, machen wir nicht. Oh, das ist ja schon wieder. Ja. Hört dich kalt erwischt oder was? Ja, das ist so ähnlich wie letzte Woche, ja. Hm. Du wolltest was Mediales. Ja, ja, ich hab was Mediales jetzt, ja, danke. Danke, äh, ob ich das gut oder schlecht finde. Puh, in der heutigen Zeit. Du hast auch kleinere Kinder. Ja, ist richtig. Also von daher bist du eigentlich mein idealer Fragepartner. Aber ich hab nur Mädchen. Trotzdem, auch wenn deine Mädchen irgendwie hören, Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Ach so meinst du, darum geht's dir ja, dann ist es richtig. Also wenn's dir jetzt darum geht, dass es einfach zu, also ja, in der ganzen MeToo-Debatte, die es da so gibt. Und allgemein, das ist ja momentan sowieso wieder so, wir holen dann so ein bisschen wieder zurück. Das, was ja sonst mal so ein bisschen... MeToo fällt dir da als erstes so hin. Ja, nee, ja. Was ich da, nee, MeToo selbst nicht, sondern die Tatsache, dass wir in diesem ganzen Bereich ja doch sehr, wir wandeln ja wieder zurück. Aber so dieses, ich sag mal so dieses, ich wollte gerade sagen, jeder kann's mit jedem, aber so dieses... Was? Ja, nein. Ich komm mir aus dieser Nummer nicht mehr raus. Auf jeden Fall, dass schlussendlich es ja so ist, wie gesagt, also dieses Offene, ja, dieses Weltoffene, das geht momentan jetzt zurück, finde ich. Das war ausgelöst so ein bisschen durch die MeToo-Debatte, fand ich, oder finde ich. Und dass das Ganze aus der Öffentlichkeit so ein bisschen wieder verbannt wird, ja, ich glaube, ich finde es gut, also dass sie es nicht spielen. Dass sie es nicht spielen? Ja. Interessant. Also, wie gesagt, ich bin da fast Amok gelaufen. Ja, warum? Also innerlich. Also, ich bin da zu konservativ, würde ich behaupten. Du bist ja auch in der Jungen Union, also du musst konservativ sein. Und da ich heute irgendwie gerade gesehen habe, oder gehört habe in einem Podcast, dass das Durchschnittsalter der CDU, wie war das noch? Das war ab 65, nee, über 60 Prozent aller CDU-Mitglieder sind 65 bis gestorben. Du bist gestorben und das war bei der SPD übrigens nicht anders. Nee, die Grünen, die liegen irgendwie mit, ich glaube, 45 bis 55 oder irgend sowas im Schnitt. Ja, auch, genau. Aber egal, wir kommen wieder zurück. Ich bin natürlich genau anderer Meinung, weil zum einen glaube ich, dass gerade die Kinder, die da noch gar nichts mit anfangen können, über diese Zeile hinweggehen und dass die, glaube ich, auch gar nicht interessiert, auch nicht nachfragen. Nummer eins. Nummer zwei, die, die schon so alt sind, dass die diesen Satz vielleicht interessant finden und nachfragen, wo ist das Problem? Da gibt es kein Problem. Ja. So, und die dritte Nummer, die mir dazu einfällt, ist, wenn Sender sagen, wir spielen etwas nicht, weil das unsere Moralvorstellungen zerstört, dann sind wir aber schon langsam wieder in einem ganz heiklen Bereich, wie ich finde. Weil, weil es hier darum geht, ja, mir fehlen hier die richtigen Worte, da geht es ja einfach darum, es ist ja Kunst, Musik ist Kunst, das würde ja genauso bedeuten, man dürfte jetzt irgendwelche Bilder nicht abdrucken, weil der eine meint, das ist jetzt eine spurweit pornografisch oder der nächste sagt irgendwie, nee, wieso, das ist doch ein Arm. Also, wo kommen wir da hin? Also, das ist so mein Gefühl. Ich persönlich sage, es gibt ein einziges Regulativ, was bestimmen darf, neben Geschmack natürlich, also ich kann das Lied scheiße finden oder ich kann das Lied gut finden, aber es gibt nur ein einziges Regulativ, was für mich Medien, und jetzt sind wir ja wieder genau in dem Thema, was Medien dürfen. Und das ist für mich das Gesetz. Das Mediengesetz, Nummer eins, Jugendschutzgesetz und so weiter, alles, was es da gibt, aber doch nicht von vornherein zu sagen, weil irgendein selbsternannter Musikredakteur sich da in seiner Sitte und Moral gestört fühlt, dass er sagt, ich werde da einen ganzen Song mal eben kurz aus dem Programm streichen. Das ist das, was mich echt aggressiv macht. Ja, 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 ich werde da meine Meinung, glaube ich, nicht ändern. Du bist eindeutig zu können, Leute. Ja, definitiv, definitiv nicht da raus. Aber, ja, schlussendlich gebe ich natürlich auch in gewisser Form recht, dass, wenn wir da anfangen würden, die Kunst zu beschneiden, ja, dann dürfte man auch gewisse, wie du schon sagst, gewisse Gemälde oder gewisse andere Dinge nicht veröffentlichen. Aber, wie gesagt, dann kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin eingangs sagte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der mal einen Song, glaube ich, mit Scheiß Tag gesungen hat. Also, ich glaube, irgendwie Scheiß Tag kam drin vor in seinem Text. Und Scheiß Tag durfte ja auch nicht mehr singen und musste extra eine Radioproduktion dafür, also einen eigenen Song nur fürs Radio produzieren. Da hat sich keiner aufgeregt. Also gut, das ist natürlich nur ein Wort. Ja, ich glaube, der Scheiß Tag hat er nachher gemacht zu ... Du kannst, das wollte ich gerade sagen, du kannst da natürlich auch noch eine zweite Produktion machen. Das hat es immer wieder gegeben. Ja. Jetzt fallen die alten Nummern wieder ein. Falco, damals mit Genie. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, das stimmt. Wo es darum ging, es ist ja immer nur ein Zeitgeist. Es ging darum, dass damals ja die Entführung eines jugendlichen Kindes oder Mädchens, jugendlichen Mädchens irgendwie aus Sicht des Entführers oder Sittenverbrechers oder wie auch immer gesungen wurde. Ähm, natürlich heikel, natürlich heikel, natürlich huuuh, war das erste Mal. Ja. Ja, wird aber auch ein Riesenboykott von allen möglichen Sendern heute. Ja, heute ist es ein legendäres Lied. Und ich glaube, wirklich niemand würde auf den Gedanken kommen, das heute nicht mehr im Radio zu spielen. Spider-Murphy-Gang, da kam das Wort Nutten drin vor. Oh mein Gott. Es wurde in ganz Bayern nicht gespielt. Ja, stimmt. Ja, das habe ich immer mal gelesen. Oder die Diskussion jetzt mit Rammstein, mit Deutschland. Oh. Ja, wobei ich das, ja, auch das finde ich aufgrund der aktuellen Lage. Aber im Grunde genommen sagt Rammstein nichts anderes. Eigentlich würden wir Deutschland gern mögen, aber aufgrund der Geschichte von Deutschland und aufgrund dessen, was in Deutschland so stattfindet, haben wir so unsere Probleme damit, Deutschland uneingeschränkt zu mögen. So, und das ist ja die Kernaussage dieses Liedes und des ziemlich aufwendig gemachten Videos. Ja, das stimmt. Ich glaube, die meisten ärgern sich nur über diese 20-Sekunden-Clickbait, die am Anfang gemacht wurden, wo ja nur die KZ-Szene war. Ja. Aber auch das ist legitimes Werbemittel. Ach, das ist doch eigentlich Kunst. Jeder YouTuber macht die interessanteste Thematik in seinen Titel rein, damit möglichst viele Leute da reinklicken. Und wenn eine Preview von irgendeinem Video stattfindet und natürlich die, wie drücke ich es aus, also die aufregendste oder die brutalste Szene oder vielleicht auch die kontroverseste Szene, so ist vielleicht richtig, wenn die dort genutzt wird, um erstmal zu sagen, hallo, wir sind wieder da, schaut mal das nächste Video an, finde ich erstmal auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu liberal. Ja, ich bin da raus. Okay. Wobei ich was sagen muss, wie gesagt, wo fängt es an und hört es da auf? Ich bleib dabei. Ja, hast du natürlich recht. Schlussendlich. Aber wir haben doch Gesetze. Wir haben, wie gesagt, alles, was alles in Deutschland ist, alles geregelt. Wir haben, wie gesagt, wenn wir uns um das Thema kümmern, wir haben ein Jugendschutzgesetz, wir haben Mediengesetze, wir haben Richtlinien, die überhaupt für Senderzulassungen sprechen. Wir haben alles. Wir haben wirklich alles. So, und wir haben eine Kunstfreiheit, die dann auf der anderen Seite von irgendeinem wild gewordenen Musikredakteur ab Absurdum geführt wird, weil der sagt, naja, also nee, also da ist ja das Wort kriegt keinen hoch oder der Satz kriegt keinen hoch. Und da werden dann kleine Kinder mit traumatisiert. Ich finde, dass kein Kind durch so einen Satz traumatisiert wird. Ganz kurz mal eben zurück, ist das das Ding, wo Sarah Connor vor kurzem, ich weiß es gar nicht, war es drei nach neun, das live gesungen hat? Das hat sie auch, sie hat, glaube ich, zwei Songs live gesungen, ich habe das nicht alles gesehen, eins ging irgendwie über ein Todesthema, wo sie auch ziemlich, ziemlich aufgewühlt war danach. Ja, genau. Und dann hat sie den Song hier noch gesungen, weil das ihre neue Single ist. Okay, also dann hat sie den auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh, ja, Fernsehen performen dürfen. Genau, und, ähm, die Antenne Bayern ist, glaube ich, ein Privatsender. Ja, Privatsender. Einer der größten Privatsender. Ja, einer der größten, tatsächlich, vielleicht sogar der größte, ne? Ja. Ich glaube sogar noch vor Enjoy. Wobei Enjoy ja auch wieder öffentlich-rechtlich ist. Entschuldigung, ich meine, ich Enjoy mit der Energy. Ach, Energy, mh. Ja, kurz korrigieren müssen hier. Ähm, aber ja, ich habe die Debatte, ehrlich gesagt, nicht mitgekriegt, also ich bin da, äh, ich bin da soweit von ab und, äh, so gar nicht im Thema, muss ich gestehen. Ey, ich muss, ich musste das loswerden, das, oh, ich bin vor ein paar Tagen, als ich das gehört habe, ich bin geplatzt innerlich. Ich sehe es gerade, ich lese es gerade, der Online hat hier einen schönen Artikel zugeschrieben, dass der Schwulenverband sich da jetzt auch so eingeschaltet hat und, ähm, Mann, Mann. Die das ja irgendwie auch sehr entspannt eigentlich sehen, so frag ich mal, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Äh, ja, wenn das so ist, dann steht zu dir, ist die Headline. Genau, und alles andere, die Frage ist, sind wir tatsächlich noch so liberal und so frei und so, dass wir bei einer Formulierung, die ja nun wirklich auch, also danach dürftest du keinen Rapper oder Hip-Hopper mehr senden. Und wann wird der da mal gesendet? Also Sido und hier Bushido und wie sie alle hießen, die fände ich... Naja, die sind, die sind ja alle weg, also auch ein Sido hatte früher seine Totenkopfmaske und hatte so ein heute Sido über seine Tattoos, also... Ja, wie mutig. Früher, in meiner Kindheit... Früher. Früher. Früher war alles besser. Nee, da wurde ja auch nicht gesendet. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass Sido am Rhein lief. Nein, natürlich nicht. Nein, also... Das war... Ich, deswegen sage, deswegen rege ich mich so auf, ich habe so fast das Gefühl, wir kommen wieder ein Stück weit zurück in diese Scheiße. Ja, ich sage ja gerade, also ich habe auch den, also seit wir diese ganze MeToo-Debatte angestoßen haben, hat man den Eindruck, wir rudern wieder in vielen Dingen, die sonst so ganz freizügig und ganz klar positioniert werden durften, wieder zurück. Und ja, also für mich als Konservativ ist das ja schön. Für dich als Liberal ist das dann eher aufstoßend. Ja, ja, ja. Mit diesem politisch korrekten... Ich habe noch ein Beispiel. Ich glaube, Sarah Connor haben wir... Nee, eine Sache noch. Ich möchte einfach, normalerweise machen wir das immer am Ende unseres Podcasts, aber ich möchte als einzigen Song heute von meiner Liste, ich möchte aus Solidarität, möchte ich auf unsere Playlist einfach Vincent von Sarah Connor mit draufpacken. Ja, mach das. Ähm, es hat zwar vom Titel jetzt nichts mit unseren augenzwingernden, unternehmerischen Headlines zu tun, aber der muss jetzt einfach drauf sein und das wollte ich damit noch einmal kurz abschließend gesagt haben. Ja, ist gut. Ich kriege es nur gerade, also es gab ja auch andere Beispiele offenbar, die da gemacht haben, also diese ganze Szene irgendwie mal aufzumischen. Und da gibt es halt nur wenige. Also Rosenstolz hat man irgendwann versucht und wohl auch am Ende geschafft. Hier die Kerstin Ott, die finde ich ja ganz furchtbar, die Frau, die mit ihrem komischen Regenbogenfarben liet. Und die das ja auch, äh, ja, nee, was ich damit nur sagen will, es gibt ja auch andere Künstler, die in, gut, Rosenstolz war ja, ich sag mal, ist natürlich immer ein vielfaches bekannter und größer als diese komische Ott. Ja, Sarah Connor toppt, glaub ich, nichts, ne? Ja, heutzutage. Und wahrscheinlich ist es deswegen jetzt so ein riesen Mediengebahn geworden. Wie gesagt, an mir ist diese ganze Debatte vorbeigegangen. Ich hab's nicht mitbekommen. Und ja, hier wird gerade berechtigterweise, wie gesagt, lese ich diesen Artikel hier bei T-Online mal eben, gerade nochmal auf Dr. Sommer, also kommen wir gerade nochmal zu sprechen, aus der Bravo. Kennst du den noch? Ja, natürlich kenn ich den noch. Also, hallo, also ich kenn den nicht persönlich. Und es war noch vor Dieter Bohlen. Dieter Bohlen hat das ja später gemacht. Da war ich schon aus dem Bravo-Alter wieder raus. Dr. Sommer ist eine Redaktion, das ist kein Typ. Ja, das weiß ich ja, ja, aber, ähm, Dieter Bohlen hat das doch irgendwann mal mit, äh, begleitet. Irgendwann Anfang der, was weiß ich, wahrscheinlich 2000er oder so. Okay. Ja, weißt du das gar nicht? Hochmann, ich weiß nicht mehr als du. Zum Thema politisch korrekt. Ich hab ein anderes Beispiel, wie politisch korrekt auch echt mal nach hinten losgehen kann. Im Moment ist ja die sehr, sehr wichtige Diskussion Müllvermeidung, Plastikvermeidung. Ja. Und hab jetzt gerade, letztes Wochenende war ich unterwegs, ähm, oben in Schleswig-Holstein. Und da war ein Lokal mitten am Hafen, an der Schlei, schönes Lokal, kann man nicht anders sagen. Und die haben dann überall, wirklich überall hingeflastert auf ihren Speisekarten an die Wände, dass sie plastikfrei sind. Aha. Dem Jahr 2019. Und dass sie besonders viel Wert darauf legen und die, ähm, der Umweltgedanke ganz klar hervorgehoben wird, dass auch der To-Go-Bereich, äh, anders gemacht wird, dass eben halt Strohhalme aus Nicht-Plastik, also dann, keine Ahnung, es gibt ja diese Papiergepressten oder es gibt ja auch verschiedene andere Materialien, Bambus, gibt's wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen. Gibt's auch verschiedene Dinge, ja. Soweit, so gut. Ja. Wenn sie es gemacht hätten, das Problem an der Geschichte ist, wenn ich dann da sitze. Ja. Und überall diese Werbung sehe und dann auf der anderen Seite ich das gesamte Mobiliar mir angucke, das aus Plastikmaterial besteht. Okay, wenn sie das noch hatten und dann einfach weiter behalten, ist okay. Aber wenn sie dann noch die klassischen Papp-To-Go-Becher haben und kein Recap-System oder ein anderes Pfandsystem, also ein Verbundstoff, der sowieso wieder blöd entsorgt werden muss. Wenn natürlich die zwar auf der einen Seite sagen, wir haben Strohhalme, die wir nach außen mitgeben, die sind aus einem anderen Material, die könnt ihr auch bei uns kaufen, aber im Laden selbst noch die guten alten Plastikteile ausgegeben werden. Ich könnte tausend Beispiele weitermachen, der gesamte Laden strotzte vor Plastik. Ja, und? Hast du dich darauf angesprochen? Nee, ich hatte frei an dem Tag. Ich wollte nicht. Ach, er hatte frei an dem Tag. Nee, es ist, ach nee, mir war nicht danach. Okay. Nee, aber es war so, wo ich so dachte, war ja so ein bisschen auf dem platten Land, da guckt vielleicht keiner so genau drauf oder da sagt man irgendwie Spelkenkram, halt gut, nee. Und in Hamburg, das Ding wird wie eine Sau durch die Stadt gejagt werden. Vermutlich, ja. Da hätte irgendein Zeitungssender, der hätte sich totgelacht und dann wäre es abgegangen. Ja. Aber richtig. Also soviel zum Thema Etikettenschwindel, das... Ja, aber ich sage dir, es sind 30% mehr Kundschaft da, also mehr Kunden und diese 30% kommen genau nur wegen dem Schildern und gucken aber gar nicht weiter. Viele hinterfragen das gar nicht. Oder hinterfragen das nicht. Nee. Nein, das... Manche Sachen will man auch gar nicht hinterfragen. Mhm. Und da würden mir diverse Sachen zu einfallen, die auch manchmal... Ja, gerade in der Gastronomie, da habe ich viele Beispiele, weil ich da auch mit relativ vielen Kunden zu tun habe. Das ist schon... Mal gucken. Wenn wir irgendwann mal ein ekliges Thema brauchen, habe ich diverse Beispiele. Wir könnten ja mal gucken, ob es da andere Beispiele oder bessere Beispiele gibt. Ich finde das mal ganz... Also plastikfrei. Welches Café macht plastikfrei beziehungsweise allgemein? Wo ist das denn heute überhaupt? Also das sind ja wirklich Ausnahmen. Also wo das absolut ein gutes Thema wird und da bin ich auch ein Fan davon, wenn in Bäckereien, die natürlich heute eher der Kaffeeersatz sind, die meisten Bäckereien haben ja das eigentliche Backwerk was und den Kuchen, den sie verkaufen, die Tresen gehen ja immer weiter zurück. Diese Tresen waren früher dominierend, heute ist in erster Linie Kaffeekuchen-In-Haus-Verkauf, die ersetzen die normalen Cafés und heute geht man fast mehr tagsüber zum Bäcker als Kaffee, als dass man abends ins Restaurant geht. Das ist ein deutlicher Trend, der auch völlig okay ist, also das ist ein neuer Markt, finde ich sehr schön und diese ganze To-Go-Geschichte, die weltweit stattfindet, man weiß ja inzwischen, was diese To-Go-Becher einfach auch anrichten. Dass man da nach Alternativen sucht, finde ich auch gut. Achtest du da drauf? Also guckst du tatsächlich, wenn du zum Bäcker gehst irgendwo, ist ja egal wo, in irgendeiner Stadt, du bist unterwegs, achtest du da drauf, was für einen Becher die verkaufen? Ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, nee, andersrum, ich habe erstmal einen Trend völlig verweigert, nämlich der mit diesen Kaufbechern aus Porzellan oder aus einem anderen Kunststoff, wo den man immer wieder mitbringen soll, vorher auswaschen, dann über den Tresen reichen, das war ein Trend, den habe ich von vornherein abgelehnt. Ich fand es vom Handling her furchtbar, ging gar nicht und dann habe ich auf Sylt das erste Mal das Recap-System entdeckt. Das fand ich oder finde ich bis heute sehr schön, weil es ein bundesweites Pfandsystem ist. Das heißt, ich habe den dort gegen eine Schutzgebühr und gebe den beim nächsten Bäcker, das muss nicht der gleiche Bäcker sein, es muss nur ein Bäcker sein, der auch mit Recap zu tun hat, gebe dort das wieder ab, kriege einen frischen Becher und so weiter und so fort. Das finde ich ein System, damit kann ich leben. Das finde ich wirklich gut. Ja, das stimmt. Und mit den Deckeln, das ist natürlich ein anderes Thema, da ist jetzt eben halt so ein Silikondeckel. Wäre ich jetzt gleich darauf zu sprechen gekommen. Ja, und bisher gab es einen Kunststoffdeckel, der dann weggeschmissen wurde, später gab es einen Kunststoffdeckel, der zumindest kompostierbar war. Ja, ja. Fand ich auch schon ganz gut, ich bin kein Fan von diesen Silikondeckeln, weil wenn du sie in Geschirrspüler packst, die riechen und schmecken immer nach Geschirrspüler. Das stimmt. Ich hatte meine als Pappe, also mit einem Pappdeckel und also es hat gehalten tatsächlich, der Pappdeckel ist nicht aufgequollen oder irgendwie in irgendwelche Stücke gerissen, aber ich muss sagen, vom Geschmack her, auf so Papier rumlutscht, das ist so wie Mao A mit Papier essen, also. Ja, das ist irgendwie. Haben wir das nicht alle. Ja, haben wir sicher das immer gemacht. Aber das ist ungefähr genauso und, nee, ich muss dir sagen, also ja, ich bin ganz ehrlich, ich achte ja nicht drauf. Ich bin ja auch deswegen der absolute Umweltsünder in den eigenen Reihen und ja, das Klima ist ja das allgegenwärtige Thema momentan. Also ich fahre morgens trotzdem in meinem SUV, zwei Kilometer zum Kindergarten, ich erfülle jedes Grichet. Deswegen erwähne ich das ja auch in jedem Podcast irgendwie. Ja, mir ist das, also. Aber wie gesagt, um nochmal kurz auf dieses Thema zurückzukommen, das finde ich das erste System, was, wie ich finde, eine Zukunft verdient hat und ich hoffe, dass das möglichst viele Bäcker und ähnlich machen, weil das macht für mich einfach Sinn vom Handling. Also bis hin zur Tatsache, dass dieser Becher auch für zu Hause, also wenn ich diese Schutzgebühr bezahlt habe und ich den zu Hause habe, der passt auch wunderbar zum ersten Mal unter meinen eigenen Espresso-Automaten. Und die nehme ich selber gerne und habe auch diese Kaufdeckel da oben drauf. Also ich nehme gerne auch mal Kaffee. Ich kaufe nicht nur Kaffee unterwegs, weil das beste Geld ist das Geld, was man nicht ausgibt. Und also mache ich dann Kaffee auch mal gerne zu Hause, bevor ich dann ins Auto steige und nehme diese Becher mit. Diese Becher sind wirklich toll, also wirklich toll. Aber ich hatte ja auch mal, also ich hatte ja irgendwann auch mal, weiß ich, auch Pappbecher, die wir mal für zu Hause hatten, diese Togo-Becher. Die hatten zwar Plastikdeckel oben drauf, ja, wie gesagt, das lässt sich, glaube ich, momentan noch nicht so richtig vermeiden. Der Becher an sich war aus Pappe, wenn ich mich recht erinnere, oder Papier oder was auch immer, gepresst. Es sind alle im Moment auf der Suche, ganz klar. Nach dem besten System, nach dem einfachsten System, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in einer Stadt vier, fünf verschiedene Pfandsysteme nachher hast. Also ich hoffe, dass sich dann eins durchsetzt. Also als wirkliches Pfandsystem gibt es auch bisher, also mir ist nur dieses Recap-System bekannt. Und ich habe das auch an prominenter Stelle dann zumindest auch schon mal angesprochen, da ich ja nun hier auch im Wirtschaftsverein tätig bin. Dann kam mal die Wirtschaftsförderin vorbei und dann kam mal so ins Schnacken. Und ich sagte, Mensch, kennen Sie schon das Recap-System? Und ja, und der und der Bäcker macht das schon. Und ich sage, Mensch, das wäre doch toll, wenn das so... Ja, ein Buxtehude gibt es den ersten. Ja, und also von daher, das verbreitet sich im Moment recht stark. Was auch immer draus wird, aber... Ja, mal abwarten. Weil zumindest ja so diese Thematik war der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, also das ist von daher... Bei Einweg-Plastik-Flasche hat es ja irgendwie auch funktioniert. Irgendwann. Na gut, da war der Pfand recht hoch, also ist der Pfand natürlich recht hoch. Ja, 25 Cent pro Flasche, das ist natürlich auch viel Geld unterm Strich, wenn du so ein Six-Pack mitnimmst. Bei der Plastikbecher auch ein Euro, so ist das System. Ach, okay, dann lohnt sich das. Dann könnte sich das tatsächlich etablieren. Wenn das dann teuer genug ist, wenn der Schmerz groß genug ist, dass man sich einfach wegschmeißt, dann geht das. Aber es ist ein privates Unternehmen, das Pfandsystem ist ja damals von MC-Dosenpfand, von Trittin eingeführt worden. Und das war halt eine gesetzliche Grundlage und somit hattest du sofort eine bundesweite Lösung. Es ist die Frage, wann das eventuell auch eine bundesweite Lösung geben könnte. Also, dass man sich vielleicht über irgendeine Art und Weise... Ich meine, wenn ich jetzt überlege, was mich richtig aufregt, wenn du jetzt einkaufen gehst und Getränke kaufst, steht jetzt immer da schon drunter, Mehrweg, Einweg, was soll der Schluss? Das kann mir doch egal sein, ob da jetzt... Naja, also Einweg heißt, es wird einmal benutzt, danach wird es eingeschmolzen mit viel Energie und ist nur wieder zu Rohstoff, während jedes Mehrweg ja von vornherein nicht zu oft mit Energie großartig wieder zerbröselt und zerschreddert und geschmolzen und so weiter werden muss. Das ist richtig. Aber von daher... In dieses Schild, es ist mir einfach... Also, jeder logische Mensch weiß, dass eine Glasflasche ein Mehrwegartikel ist. Und dass eine... Besser, man schreibt es nochmal drauf. Du gehst wieder von der Restintelligenz aus. Ja, gut, die Leute, die die Intelligenz nicht haben, die interessiert euch das Klima nicht. Äh... Das lasse ich jetzt mal so stehen. Freikling. Ja. Ja, was soll's. Ja. Ist ja... Also, ich sehe es so. Aber gut. Ähm... Ich finde es halt überflüssig. Und, äh... Ja, ich, ähm... Achte oder... Ich weiß nicht. Nee, ich bin faul. Ich bin faul. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich es mache. Ich bin faul und kaufe Kisten, weil ich keinen Bock habe. Diese armen Leute, die da immer stundenlang an diesen Automaten stehen. Und drei Stunden ihre 35 Säcke Einweg fand. Die gelben Säcke mit Millionen von Einwegflaschen. Keine Arme für Säcke, alles Säcke. Und es hat sowas Erbärmliches, ne? Also, ich hab da keinen Bock drauf. Ich find das so schön. Unten einfach die Kiste rein und gehen. Und ich find's auch total eklig, wenn ich dann nicht zu einem System gehe, wo ich, ähm... Wo ich dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ähm, einen, äh, so einen Automaten habe. Sondern ich es abgeben muss. Wie zum Beispiel bei dem Getränkeladen, der dann einfach so ein... so ein Türchen hat, wo man dann seine... Und dann müssen die in meinem Dreck da rumwühlen. Wo dann irgendwie... Ne, bah, pfui. Also, äh, da bin ich der einzige umwelt, äh, äh, schonende, äh, Bürger. Aber sonst, wie gesagt, der Umweltschutz, die Natur. Ja. 50 Prozent Chance zu überleben, 50 Prozent zu sterben. Ja, ich war jetzt wieder die Quoten der CDU, mach ich jetzt wieder ganz schlecht. Gerade, gerade, nachdem ich gestern diesen sensationellen Podcast gehört habe. Ähm, von... Oh, genau. Und, ähm, ich den eigentlich auf den Punkt fand. Und, ähm, er es äußerst gut verpackt hat. Und, ähm, auch die, die, die Probleme der Parteien, gerade weil es ja dieses ganze Umweltthema ja so hoch gelobt wird. Ja, aber nee, also, ich bin da raus. Und ich auch diese, äh, ich sag das ja immer wieder, hier meine Greta, diese gute Freundin der neuen Umweltbehörde, äh, oder der Bund mit seinen, äh, wir machen mal Dieselfahrverbote in Straßen XY und dafür fahren die LKWs durch die 30er-Zone. Ich halte... Markus? Ja? Du bist schon wieder politisch. Das macht nichts. In Podcast Nummer 6 hast du noch gesagt, ja, also, ne, ein bisschen viel Politik, vielleicht können wir ein bisschen... Ja, nee, weil wir jetzt gerade auf diesem, vor diesem Plastik zu, ja, zu einer Natur kamen. Also, wie gesagt, mir ist das alles egal und ich, äh, mach da nicht mit. Alles gut. Ähm, aber was, was ich vorhin auch noch gerade gelesen habe, das betrifft dich ja wieder in erster Linie. Bitte. Doch, ähm, aber völlig harmlos, nichts politisches, keine Panik, nichts gesellschaftskritisches, ein, ein Jahr, ähm, DSGVO. Hm. So frei nach dem Motto, was hat es, was hat es uns gebracht, was hat es im Vorfeld gebracht, der berühmte damalige 25.05., die Hektik davor und die Scheiß drauf danach. Viel Geld hat es mir gebracht und vielen anderen auch. Ja. Und vielen anderen bringt es auch richtig viel Geld. Ich habe gerade gestern, ähm, in Düsseldorf, nee, gar nicht, war in Wuppertal, mich, äh, mit, äh, zwei Leuten getroffen. Und sie selber ist, ähm, für Personal, äh, Personalmanagement zuständig und, ähm, erzählte, äh, dass die Preise für einen Datenschützer von damals irgendwie 50, 60 Euro auf inzwischen 170 Euro gestiegen ist. Äh, pro Stunde selbstverständlich. Oh, oh. Und ich muss dir sagen, ähm, das hat die DSGVO gebracht. Ich glaube, ich, ich glaube, ich muss meine Preise anpassen. Dass die, äh, DSGVO dafür gesorgt hat, dass es a, noch mehr Datenschützer gibt, b, die Datenschützer richtig Kohle scheffeln, weil jeder nur verunsichert ist. Und was hat die DSGVO sonst gebracht? Puh, ja, jede Menge Texte, die sich keiner auf den Webseiten durchliest, äh, jede Menge Papierwust, äh, dem unterschreiben muss, den keiner, keine Sau liest, keine Sau interessiert. Und, äh, ja, was hat sie sonst gebracht? Ah, ja, doch, das Google, äh, nee, das Android, also, das Betriebssystem, mich auf dem Handy jetzt neuerdings immer fragt, wenn sie jetzt löschen, sind alle Daten weg. Wow. Das hat das Löschen manchmal so an sich, oder? Das finde ich, ja, aber sonst war es ja so, dann wurde es halt gelöscht oder auch nicht, dann wurde es halt irgendwo in der Cloud von, äh, Android weitergeführt oder was weiß ich, wo es dann abgelegt wurde. Ja. Ähm, gut, ich kann es nicht kontrollieren, ob es heute denn wirklich gelöscht wird oder weiterhin dort liegt. Ja. Ja, aber, ähm, das ist tatsächlich, also, das ist das Einzige, was ich als, äh, an der, DSGVO positiv bewerte, wenn es denn tatsächlich so ist, dass wenn ich bei Facebook, Android, äh, Instagram, äh, also bei diesen ganzen, äh, amerikanischen Unternehmen oder Google, sagen wir mal so, äh, mich abmelde, dass ich ein Recht darauf habe, dass ich meine Daten auch löschen. Ja, das, aber, da hätte man sich alles andere, finde ich, auch sparen können, weil das einzig Interessante war wirklich das Recht auf löschen. Das war das einzig Spannende und Gute bei der DSGVO. Ja, äh, es macht ja zumindest so viel Schule, dass ja auch der gute Mark Zuckerberg, äh, an diversen Stellen, als nun die verschiedenen Manipulationen von Facebook laut wurden, er auch sagte, dass er sich mehr an die Datenschutzbestimmung auch des europäischen Gebietes, sprich der DSGVO, annähern möchte. Also, von daher scheint es ja weltweit schon Schule zu machen, aber vom Handling, deswegen komme ich gerade drauf, vom Handling her, ähm, ich habe jetzt ja nun gerade die Webseite gebaut für Unternehmen, wir was. Ja. So, auf die Schnelle, das ist für die, die, äh, technisch da Ahnung von haben, relativ einfach eine WordPress, äh, die wir dann entsprechend angepasst haben. So, und dann kamen natürlich irgendwann die zwei Dinge, die dazugehören, nämlich einmal die Datenschutzerklärung und, äh, der entsprechende Hinweis da drauf. Und da gibt es dann eine Reihe von, ich glaube, zehn verschiedenen Plugins, welches einem am besten gefällt, wo man einerseits dann das Formular über irgendwelche Generatoren, da gibt es wieder verschiedene Anbieter, die auch wieder das mit Werbung verbinden, was ich besonders herrlich finde. Das heißt, nutze unseren Generator und dann sind wir ja im geschäftlichen Kontakt, also dürfen wir dich danach auch mit E-Mails belästigen. Das finde ich auch eher so schlimm an der Variante. Das stimmt. Das war's zum Thema DSGVO und, äh, wenn, wenn meine Kunden irgendwie sagen, oh, was müssen wir, neben Webseite natürlich, das ist klar, da gibt es ganz klare Bestimmungen, die sind ja aber auch inzwischen einfach. Ja, die sind ja überschaubar, das finde ich auch. So, und ansonsten geht es einfach nur in den Betrieben um die Dokumentation der Daten, Be- und Verarbeitung und der Verantwortlichkeiten. Machst du das? Mach jetzt ganz im Ernst, machst du das? Dokumentiert den ganzen... Jetzt kommt der Punkt, wo du mal bei den, äh, beim Fahrtenbuch gesagt hast, äh, der Finanzbeamte hört nicht mit. Und, äh, jetzt muss ich mal sagen, die Datenschutzbehörde hört nicht mit. Wenn ein, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, scheiße, ich hab als nächstes irgendwie eine Überprüfung oder, oft ist ja auch das Thema der Zertifizierung, ne, im Bereich Zertifizierung musst du es natürlich auch haben. Hm, ja, gut. Okay. Ich reiche da meistens ein Formular rüber, das besteht aus zwei Seiten Word-Dokument, bewusst auch Word-Dokument, weil ich dort die Lücken schon vorbereitet habe. Und diese Lücken werden ausgefüllt und danach bin ich DSGVO-sicher. Punkt. Ja. So, und dann schreibe ich meine Rechnung dazu und dann war's das. Und das wird dann auch erst gemacht, wenn die Notwendigkeit da ist. Aber machst du die ganze Datenverarbeitungs-Auftragsverarbeitungskiste, also dass du dem Kunden quasi offenlegst und sagst, wenn du was mit mehr Daten zu tun haben möchtest, bitte unterschreibe hier. Wenn du von mir Werbung haben möchtest, bitte unterschreibe dort. Gut, Werbung gab's in gewisser Form ja immer schon, ähm, zum Beispiel beim Newsletter, war's ja schon mit dem Double-Lapt-In-Verfahren oder per Unterschrift, dass man also einen Nachweis hat, dass das okay ist. Mhm. Aber es ist doch, also ich habe, da unterstütze ich jetzt bitte nicht zu, ich habe nicht einen Ordner, wo ich dokumentiert habe, welche Daten ich erhoben habe, mit wem ich hier irgendwelche Auftragsverarbeitungsgeschichten habe. Und natürlich habe ich auf sämtliche Dinge Kundenzugriff oder Kundendatenzugriff, wenn der Kunde eine Software hat und wir an der Software etwas verändern müssen oder einen Fehler beheben oder eine Supportleistung bringen müssen, dann kann ich dort reingucken. Und ich müsste eigentlich für all diese Fälle eine Auftragsverarbeitungsform. Ja, du müsstest für jeden Schritt auch einen Hinweis geben. Ich habe mir. Das macht doch keine Sau. Nein, ich habe mir gerade eine neue App wieder runtergeladen, weil ich mit der alten Unzufrieden war, wo ich die Visitenkarte abfotografieren kann und die automatisch dann die Daten ausliest, um sie in mein Adressbuch, in mein synchronisiertes Adressbuch, was natürlich bei mir in meiner Cloud auch synchronisiert ist, gleich einfügt. Funktioniert hervorragend, macht mir Spaß. Nach DSGVO dürfte das Ding überhaupt nicht existieren. Danke. Ja, und dann gibt es die Visitenkarten, so wie ich es zum Beispiel tue, meine Visitenkarten liegen ja immer auf meinem Schreibtisch. Da ist ein ganzer Berg. Ich sortiere die immer mal aus, wenn die Leute da nicht mehr leben oder nicht mehr in dem Unternehmen leben. Ja, manchmal ist das so. Also ich habe auch schon. Soll vorkommen. Ich habe auch schon welche überlebt. Die haben es ja beide nicht überlebt, aber ich mit denen. Ja, die liegen halt bei mir auf dem Schreibtisch. Theoretisch, wenn hier jemand reinkommt, würde ich die Datenschutzgrundverordnung damit verletzen. Ja, genau. Und wenn meine Tochter jetzt hier reinkommt, ja, mir doch egal. Also soll da jemand kommen. Ich sage ja, den ganzen Aufwand, den ich gerne betreiben würde, wenn ich heute anfangen würde, das als wirklich schön ordentlich abzuheften mit Registern, nach Jahr, nach Kunden, nach Alphabet, was weiß ich mit irgendwelchem Scheiß. Da bin ich mehr mit Verwaltungsapparat beschäftigt, dass da jemand, jemand kommen wird, an der Tür klingeln wird und sagen wird, Herr Liermann, haben Sie den jetzt auch hier und können Sie mal vorweisen und überhaupt, das interessiert doch keine Sau. Also ich könnte für dich ein maßgeschneidertes Konzept diesbezüglich erarbeiten. Meinen Stundensatz kennst du. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe einen Kunden, einen Datenschützer, der kam durch die Ecke und sagt, ja, also hier, das wäre sein Ordner, den könnte ich haben und dann könnte ich das so pflegen. Da habe ich gesagt, ja, danke für den Ordner. Das schöne Papier, ich nicht. Also Umweltschutz, Datenschutz, das muss am Schutz liegen. Interessiert mich nicht. Ist mir vollkommen Latte. Ja, und du hast es nicht so mit dem Schutz, ne? Nö. Hast du deswegen so viele Kinder? Nein. Komm, ein Karlauer Podcast muss ich haben. Ganz dünn. Pass auf, dass du nicht einbrichst. Wagenhaft. So. Wechseln wir jetzt das Thema. Besser ist, besser ist. Was wir seit Ewigkeiten vor uns herschieben und ich finde, das sollten wir heute ruhig aus, äh, ruhig aus, äh, durchaus mal machen. Ja. Das Thema der UG. Oh, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig? Wieso immer noch nicht? Ach. Es liegt hier auf meinem Schreibtisch. Ja. Ja. Ich habe sogar zwischenzeitlich schon Post vom Finanzamt bekommen. Gründung einer Kapitalgesellschaft. MKL Software. Ja. Okay. Haftungsbeschränkt. Ich möge doch bitte den, wie heißt das Teil, dass die Teilnehmererklärung am SEPA-Verfahren abgeben. Und die ganzen Vordrucke und was weiß ich was. Das schreiben kann man am 10. Mai. Ich weiß gar nicht, was die Frist denn ab. Oh, am 21. Naja, da habe ich ja ein bisschen Zeit. Nur fast kundere Erinnerung. Es ist so ähnlich wie mit der Patientenverfügung und dem ganzen Kram. Da brauchte ich die Urkunde für die, ähm, die Urkundennummer von der, äh, von der Geburtsurkunde. Doppelt gemoppelt gerade, aber egal. Ja, auch, 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 das hat irgendwie, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also momentan, es muss am Wetter liegen. Ich, äh, ich habe sogar schon, ich habe sogar schon Terminvorschläge von der Bank bekommen, zwecks der Kontoeröffnung, weil ich ja dann ein separates Konto brauche für die UG. Ich glaube, die Vorschläge waren zwei Wochen. Genau, für die Leute, die generell vor der, äh, Frage stehen, UG, nicht UG, ähm, kann man ja durchaus mal ein bisschen, ein bisschen allgemein halten. Bei dir war es jetzt ein konkreter Fall, weil du, ähm, eine relativ aufwendige Software mit einer relativ hohen Verbreitung, ähm, für die Flüchtlingsheimverwaltung, äh, hast, ähm, und du das separieren willst, also die Softwareentwicklung separieren willst auf eine Kapitalgesellschaft, auch hier ein bisschen durch deinen Hauptkunden mit Initiativen, soziiert. Ja, das ist ein ganz, ganz konkreter Grund, wobei, wobei der nur gesagt hat, eine eigene Gesellschaft, welche Gesellschaft ist ja dir überlassen? Ja, er hatte, ne, ja, er wollte schon, dass ich eine gewisse, also entweder eine UG oder eine GmbH gründe, eine AG war ja raus, aber, ähm, ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich nie, und das habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das im ersten oder zweiten Podcast, mein guter Steuerberater Tippke, ja, gute, liebe Grüße, den ich jetzt seit, also, bei, bei zehn Jahren habe, ähm, der macht seit zehn Jahren meine Steuern und, ähm, ich habe immer gesagt, eine UG, eine GmbH, machen wir was Richtiges, was willst du mit komischem Gewerbekram, das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes, bist ja nichts, außer Papier, was dann da irgendwie rumfliegt, da hat er immer zu mir gesagt, bist du bekloppt, brauchst du nicht, mach das nicht, kostet nur Geld, Steuerberater, ähm, Steuergeschichten, äh, Einkommenssteuer, etc., Papier, Lohn. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, dann zu dem Punkt, ne? Ja, 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 das Thema verfolgte mich ja immer mal wieder und ich habe mich, also ich hatte mich jetzt abgefunden damit, dass ich in meinem Leben kein großes Unternehmen mehr gründe mit einer GmbH als Titel, oh, ja, ähm, das klingt so ein bisschen, ich, ich versauere in der Bedeutungslosigkeit, so klang das gerade, ja, nee, nein, aber es interessiert ja auch keinen, es interessiert ja wirklich keinen, ob eine GmbH, eine UG, eine AG, eine GmbH und CoKG, äh, das ist wirklich Jacke wie Hose, wie gesagt, in meinem konkreten Fall musste ich es jetzt machen, weil es Kundenwunsch war, weil ich es ein bisschen, ja, separieren wollte, weil ich ein paar andere Dinge darüber machen wollte und, ähm, muss dabei feststellen, dass das, was ich mir ja eigentlich dachte, du gründest eine UG, ich muss dazu sagen, ich bin, äh, Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person, also habe ich ein, 90 oder 99 Prozent bei einer UG. Und mein, mein Anliegen war ja eigentlich das, dass ich mir gedacht habe, du gründest diese UG und das war auch der, 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 äh, Vorschlag des Kunden, warum diese UG oder warum eine GmbH, um aus der Haftung rauszukommen, wenn also die Software einen Fehler hat, dass ich nicht persönlich mehr dafür hafte, beim persönlichen Vermögen. Das war auch schön durchdacht und das war irgendwie auch, habe ich mir gedacht, naja, ich bin ja privatversichert, da habe ich gedacht, ach, dann gehst du und dann könntest du ja und vergiss es, weil, äh, ich dann lernen musste, dass wenn du Geschäftsführer oder Gesellschafter bist, also quasi Inhaber und Geschäftsführer, dieser, dieses Konstrukt, haftest du genauso, wenn der Insolvenzverwalter kommt mit deinem Privatvermögen als, äh, mit dem normalen Gewerbe, es ändert sich. Ja, 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 nein. Also das ist einfach der Notar, also ich habe zwei Notar, Notare, ist die Mehrzahl Notare, Notar, keine Ahnung, ähm, befragt, beide haben es mir gesagt, es würde sich an der Haftungsfrage in dem Moment, wenn die Gesellschaft kaputt geht, äh, für mich nichts verändern, weil der Insolvenzverwalter mich automatisch persönlich mit ranziehen würde, wenn es dann um Geld gehen würde. Und, ähm, ich habe, muss dazu sagen, die, die Software hat eine separate Versicherung, die ist abgedeckt, glaube ich, bis vier Millionen Euro beim, äh, ich glaube, laut, laut verschiedensten, äh, äh, Berichten und, und, ähm, Versicherungsmaklern, besten Versicherungsgeber, ähm, in diesem Bereich. Ja, und es war immer nur die Frage, wenn die vier Millionen Euro nicht ausreichen, was ist denn dann? Mhm. Ja, was ist denn dann? Kann ich dir beantworten? Ich bin dran, ja, also so oder so. Also, weil ich, ich, ich wollte diesen Podcast nämlich auch genau mal dafür verwenden, dass ja nun doch der ein oder andere vielleicht in einer ähnlichen Situation als Freelancer oder kommt zufällig auf diesen Podcast, weil er Existenzgründer ist oder eine Weide dabei und größer wird und dann überlegt, warum macht das eine Sinn, warum macht das andere keinen Sinn? Die erste Frage ist ja vielleicht schon ein bisschen beantwortet, es macht oft keinen Sinn, diesen Schritt zu, zu machen, weil zum einen, es gibt ein paar Kosten, es wird immer geworben damit, die UG als die BB GmbH. Genau. Dass man ja nun die relativ einfach und relativ kostengünstig gründen kann, das ist ja nur das Musterprotokoll. Ja, und dementsprechend zusammen mit den Grundgebühren vom Notar sind wir bei 400 Euro, unter 400 Euro, womit das dann gegründet ist. Ja, genau. Somit habe ich relativ schnell eine Kapitalgesellschaft, die aber dann ja eine Kapitalgesellschaft ist, also Veröffentlichung, also Bilanzierung, also mal eben locker die dreifachen Kosten der Steuerberatung gegenüber. Das muss ich jetzt ja sagen, bilanzieren muss ich jetzt hier auch, trotz Gewerbe. Weil du die entsprechenden Umsätze hast. Ja, genau. Dann sei es dir auch gegönnt, dass du so viel Geld zahlen musst. Haha. Nee, sorry, also das ist, ich finde das immer so herrlich, wenn bei mir die Unternehmer kommen und auch gerade die jungen Unternehmer, die dann, bevor sie irgendwas über ihre Idee oder ihre Durchführung erzählen, als erstes immer sagen, wo sie keine Steuern zahlen wollen. Ja. Finde ich unfassbar, weil mein Standardsatz ist, A, sind sie dann falsch bei mir, weil ich sorge dafür, dass sie hoffentlich sehr erfolgreich sind und ich wünsche ihnen, dass sie ganz, ganz viel Steuern zahlen. Das heißt, sie haben noch unfassbar viel mehr Geld verdient. Ja. Und wie das dann optimiert wird, dafür gibt es wieder einen Spezialbereich. Ja, auch das ist alles richtig. Aber das ist doch die falsche Herangehensweise. Ich habe das, ich erlebe das wirklich ganz oft, dass die Leute damit als erstes kommen. Also ich habe ja in meinem Leben festgestellt, als ich wenig Geld hatte, habe ich, was wenig, ich nenne es mal keine Zahl, aber als ich weniger verdient habe, da war der Steuersatz im Verhältnis zu dem Gewinn, das war recht ausgeglichen. Das hat man recht gut überlebt. Dann gab es so eine Spanne, da war es komplett aus dem Gleichgewicht. Man hatte immer das Gefühl gehabt, man hat so Steuern gezahlt und vom Gewinn, also der war eigentlich der Tod. Also hätte man weniger verdient als jetzt mehr. Und irgendwann hast du eine Schwelle erreicht, da hast du so viel verdient, dass der Steuersatz, den du hattest, gar nicht mehr im Verhältnis stand. Das heißt also, du hast viel verdient und hast gefühlt aber weniger Steuern gehabt. Aber das kannst du doch, da du ja auch diverse Sachen alleine steuern kannst, das kannst du ja doch auch in beide Richtungen regulieren. Ja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, mich stören Steuern ja auch gar nicht. Aber zum Beispiel, als Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, du kannst ein Gewerbe gründen oder du kannst Freiberufler sein. Als Freiberufler fällt dir schon mal die Gewerbesteuer meistens weg. Wenn du dein Glück hast, das Finanzamt lässt sich damit ziehen mit deinem... Ja, aber das klappt meistens, ja. Ja, ja, oh gut, das wäre quasi der erste Schritt, den man sich überlegen könnte. Brauche ich überhaupt ein Gewerbe oder kann ich freiberuflich arbeiten? Kann ich freiberuflich arbeiten, da gibt es ein paar Jobs, da gibt es verschiedene Listen ja auch online, wo man nachlesen kann, ob das ein freiberuflicher Job ist oder ein normales Gewerbe, eine normale Dienstleistung mit Gewerbeschein. Und es ist auch manchmal, Entschuldigung, es ist auch manchmal die Frage, wie du es bei der Gewerbeanmeldung formulierst. Ja, ich weiß, ich weiß. Wie du deinen Schwerpunkt liegst. Ja, ja, das ist richtig. Aber da kann ich quasi schon mal entscheiden, möchte ich viel oder wenig Steuern zahlen. In meinem Fall geht das nicht, weil ich ja auch Freiberufler wiederum beschäftige und dann wird das wieder alles ein bisschen dünner. Aber sonst wäre das quasi den ersten Schritt, den man tun könnte. So, und dann ist halt die Frage, und das wäre der einzige Grund, warum ich eine GmbH oder eine UG heute gründen würde, das wäre in dem Moment, wenn ich Gesellschafter hätte. Wenn ich also nicht nur eine Person, sondern vielleicht zwei, drei, vier oder noch mehr Personen bin, was denn? Ja, dann müsstest du die GmbH nehmen, weil UG maximal drei Gesellschafter, einsatzfunkte ich als Hörer. Das ist richtig. Aber dann hätte ich quasi die Möglichkeit, oder hätte ich nur die Möglichkeit, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Oder ich würde es so machen. Ich würde zum Beispiel kein Gewerbe mit mehreren Parteien in Form einer GbH machen. Aber das Thema hat mir, glaube ich, auch schon mal in der ersten oder zweiten Folge. Das wäre quasi der einzige Grund, warum ich heute eine Rechtsform in Form einer GmbH wählen würde. Oder ich habe halt ein gewisses Haftungsrisiko, oder ich habe die, es gibt ja auch Modelle, wo es die GmbH nur gibt, damit die Frau oder die Lebensgefährtin die Inhaberin ist und der Mann nur der Geschäftsführer, damit der Unterhalt und andere eventuelle Leistungen nicht so hoch ausfallen müssen. Und du hast manchmal auch eine eigene Rechtsform, damit das von vornherein auch bestimmte Privatvermögen als Firmenvermögen zu zählen sind. Ja, auch das. Um zum Beispiel auch im Erbschaftsfall eine andere Bewertung zu haben. Auch die Variante gibt es. Das ist richtig. Also es gibt verschiedene Gründe auch da. Aber jetzt, falls wir sind jetzt alleine, so wie du und ich, Einzelkämpfer, dann gibt es eigentlich nur die Wahl zwischen freiberuflichem Job oder halt normalem Gewerbe und ohne irgendeine Rechtsform dahinter. Ja, ein zweiter Grund fällt mir noch ein, den ich schon jetzt zweimal hatte, wo es darum geht, dass ein normaler Betrieb in dem Fall, also ich nehme mal ein Beispiel, wenn ein Handwerksbetrieb das Glück hat oder das Pech, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, zum Beispiel einen richtig fetten Auftrag zu bekommen, einen richtig fetten Auftrag zu bekommen. Und der ist oder der Kunde ist auch jemand, der grundsätzlich schon zahlt, aber man weiß auch, dass dieser Kunde vielleicht erst spät zahlt. Oh Gott, ja, wobei dann nicht. Zum Beispiel irgendwie öffentliche Hand. So, und wenn also dieser Handwerker diesen Auftrag hat, wo er sich wahrscheinlich ja erstmal freut und ole ole und hab dann da vielleicht das nächste Jahr irgendwie richtig viel mit zu tun und zwei Drittel meiner Mitarbeiter haben nur damit zu tun und monatelang und machen und tun, Material einkaufen. Alles schön, aber wenn man weiß, dass die vielleicht aufgrund irgendwelcher politischen Richtungen, aufgrund irgendwelcher Behörden. Wieso arbeiten die mit der AfD zusammen? Nein. Behörden, Merkwürdigkeiten, einfach nur langsamer sind. Und ich kenne einen Fall, wo jemand sehr, fast ausschließlich für öffentliche Hand gearbeitet hat. Und die haben von Rechnungsstellung bis zur Zahlung mal eben locker fast ein Dreivierteljahr valutiert. Und in dem einen Fall war das, das war ein Freiberufler, der hat danach seine Selbstständigkeit aufgeben können, weil er damit eigentlich an der Privatinsolvenz vorbeigeschrammt war. Und angenommen, du hast jetzt einen Handwerker und der sagt, ich finde das alles toll, ich mache das auch, dem würde ich empfehlen, jetzt kommt gleich natürlich noch wieder der Pferdefuß, aber ich würde dem empfehlen, Gründe für diesen Auftrag irgendeine kleine Kapitalgesellschaft, da bietet sich natürlich eine UG an. Trotz dieser Variante, dass man von den Überschüssen dann halt ja 25% im Unternehmen belassen muss, bis man 25.000 Euro drin hat, das ist ja der Pferdefuß dabei, aber wenn ich sie hinterher auflöse, kann ich mir die Gesellschaftsteilteile ja auch wieder auszahlen lassen. Genau, kann ja zurückholen. So, das geht auch im Gegensatz zur Limited, da ist das eher lustig, weil wenn ich das vergesse, vorher auch mir auszuzahlen, bevor ich sie auflöse, bekommt es die Königin. Das ist sehr, sehr witzig. Ja, das stimmt. Das ist mal jemandem passiert, der hat vorher nicht gefragt und der wollte das nach guter deutscher Variante dann auflösen und guckte dann ganz merkwürdig, dass die sagten, nee, wieso, wenn das aufgelöst wird, dann bekommt es unsere Queen. Genau. Sehr schönes Thema. Das ist immer, wenn man meint, klüger zu sein als irgendwelche Gesetze. Und wenn da irgendwas schief läuft, also ich kann ja dann meine eigenen Leute auch an die Kapitalgesellschaft, an die UG oder GmbH, wie auch immer, kann ich ja rüber vermieten. Das ist ja ein buchhalterischer Vorgang. Ich kann das Material darüber einkaufen, ich kann die Rechnungsstellung auf der anderen Seite darüber laufen lassen, das geht. Wenn das Ding natürlich baden geht, habe ich den Vorteil, dass mein Hauptbetrieb, wenn das dann meine Personengesellschaft ist, ich damit rüber retten kann. Dann, Pferdefuß, wie angekündigt, die, die über die Klippe springen, sind natürlich meine Vorlieferanten. Ja. Die springen über die Klippe, das ist auch unangenehm dahingehend, weil ich sagte, ich kann damit überleben, wenn meine Vorlieferanten natürlich sagen, du, A, Punkt, 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 Punkt. Punkt, mit dir machen wir nichts mehr, das kann durchaus auch schwierig sein, trotzdem ist das vielleicht noch eine Chance und ich würde in bestimmten Fällen, wo man sich wirklich nicht genau sicher sein kann, auf wen man sich da einlässt, da finde ich zum Beispiel die parallele Gründung einer Kapitalgesellschaft auch immer noch einen reizvollen Gedanken. Ja, ja, das stimmt. Aber dann ist auch so die Frage, oder die zweite Frage, die Baby GmbH, die UG, haftungsbeschränkt, oder das, was in Deutschland jeder kennt, die gute klassische GmbH. Ja. Ja. Weil ich ja theoretisch auch nur die 25.000 ja nur zur Hälfte am Gründungstag vorlegen muss, und das kann Sachvermögen sein, ein zu hoch bewertetes Werkzeug oder das Auto oder sonst irgendwie, also die 12,5 irgendwo nachzuweisen, ist ja nun wirklich auch kein Problem. Das einzige Problem, was einige Leute machen, die nehmen mal eben Privatgeld, packen das auf ein separates Konto, weisen das nach und zahlen das sich wieder zurück. Wie bescheuert ist das? Das heißt automatisch, wenn sie das Ding platt machen müssen oder insolvent oder sonst irgendwie, heißt es die GmbH, hat ein Darlehen ausgegeben und das fordert der Insolvenzverwalter natürlich als erstes zurück. Ja, auch das ist richtig. Also das ist von Dummheit quasi nicht zu übertreffen. Nee. Und leider sehr oft gemacht. Aber da ist so die Frage, ja, UG, wie ist der Ruf der UG? Ich kenne diverse Unternehmen, die sehr groß sind und trotzdem immer noch UG sind. Ja, das kenne ich auch. Auch viele, die, du musst ja aber, also es war ja, Auch hier in unserem Bekanntenkreis zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Da fällt mir auch jemand ein. Aber bei der, bei der UG ist es aber auch so, die ist auch zeitlich beschränkt. Du musst dann nach sieben Jahren, also entweder hast du das Kapital bis dann zusammen, du musst auf jeden Fall nach sieben Jahren noch die GmbH gründen. Gibt es da nicht eine, gibt es da nicht eine Klausel für? Nee, nicht zwingend. Ach, nicht zwingend. Achso, ich kann das quasi umgehen, ja. Du hast die Gewinnabführung, die ist zwingend? Ja, die ist richtig, bis ich die 25 voll habe. Was ich im Verhältnis zur GmbH zum Beispiel. Bei der GmbH, wie du ja schon sagtest, es ist, ähm, sind zwölfeinhalb oder dreizehn, irgendwie sowas. Zwölfeinhalb. Zwölfeinhalb, die Hälfte, die Hälfte von 25, genau. Genau, das ist genau die Hälfte. Es sind zwölf tausend fünfhundert Euro, die ich als Kapital mitbringen muss. Die andere Hälfte, da bist du quasi nur Schuldner. Genau, wenn ich Schuldner bist, dann müsste ich sie theoretisch auch aufbringen. Wird als kaduzierend dann erklärt oder du zahlst sie halt irgendwann ein, genau. Genau, während ich bei der UG zum Beispiel das nicht kann. Bei der UG kann ich zwar mit, meinetwegen, tausend Euro gründen, niemals bitte mit null Euro, ja, gibt auch genug, oder mit einem Euro. Damit wäre sie ja am ersten Tag schon insolvent, weil sie ja sofort eine Forderung gegenüber dem Notar hat und die kann er, oder die kann die UG ja nicht erbringen. Das heißt, sie macht schon einen Auftrag, wohlwissend, dass sie kein Geld hat, somit wäre sie theoretisch am ersten Tag zahlungsunfähig. Deswegen darfst du gar nicht mit einem Euro gründen. Ja, da gibt es, also laut Notar auch Mittel und Wege, wie man es hinkriegen kann, dass man das sozusagen drumherum baut. Aber das ist, Entschuldigung, das ist ja ein Geschwurbel. Aber das wäre, ja, ja, also sagen wir mal, wir sind mal, gehen wir zurück. Also mit 1000 Euro, das ist quasi die Mindesteinlage. So, ab diesem Tag muss ich jedes Jahr einen Teil meines Gewinns in diese UG stecken, bis ich mein Kapital für 25.000 Euro voll habe. Das heißt aber, ich muss bis 25.000 Euro auch ansparen. Ich kann also jetzt nicht sagen, bei 12.500 ist Schluss, sondern ich grüne mit den gesamten vollen 25.000 Euro. Das kann man sich, ja, überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Immer davon abhängig, wie hoch ist der Gewinn meiner UG und wie hoch ist denn quasi der Teil oder welche Möglichkeiten habe ich eventuell durch mein zweites Gewerbe oder das alte Gewerbe, was besteht, Gelder aus der UG abzuziehen und somit den Gewinn zu schmälern. Das kann ich durchaus, das ist steuerlich in Ordnung. Es muss halt immer was übrig bleiben, damit die UG nicht irgendwann nichts mehr zurückbilden kann, also rückstellen kann, keine Rückstellung mehr machen kann. Aber mir geht es so ein bisschen auch darum, das eine oder das andere. Es geht ja auch so darum, wie zukunftsfähig ist eine UG eigentlich. Es fängt ja schon damit an, die UG machst du mit einem Musterprotokoll. Das Musterprotokoll kannst du dir im Internet runterladen. Das ist irgendwie, das sind, glaube ich, zwei Seiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kommt normalerweise, wenn wir das machen, irgendwie vom Notar mal direkt, aber ich habe es, glaube ich, zwei Seiten. Eins, zwei, drei, vier. Vier, glaube ich, der Abschrift, warte mal, ist das noch was anderes hier? Ne, es sind vier Seiten bei mir tatsächlich. Achso, okay, dann ist deine Rechnung höher. 53,91 Euro. Hey, okay. Und, aber, so, Ruf ist das eine, aber die Frage ist, was ich eben so meinte mit der Zukunftsfähigkeit, in dem Musterprotokoll, ich gehe mal davon aus, dass du das Musterprotokoll nicht abgeändert hast, weil sonst hättest du ja höhere Kosten. Ich habe es, nö, ich glaube nicht abgeändert, weil wir uns einig waren, dass ich da ja nichts, ich habe ja keine Gesellschaft, das heißt, ja, ist alles klar. Aber das heißt, wenn du Gesellschaft aufnehmen wolltest, gibt es in dem Musterprotokoll noch keine Regelung, da du Einzelkämpfer bist. Wenn du solche Sachen wie Übernahme, Erbschaft und so weiter, auch dafür gibt es im Musterprotokoll keine Regelung, was okay ist erstmal für die Gründung. Erbschaft, du meinst, für den anderen, der die Erbschaft dann antreten würde, für die UG? Zum Beispiel. Da habe ich ein Testament für, das reicht mir. Das war der Grund, übrigens, das war der Grund, warum mein Steuerberater wiederum, Gott, wie selig wollte ich gerade sagen, der lebt ja noch. Ich würde sich das mit dem Gruß nochmal überlegen. Nehmen wir wieder raus. Auf jeden Fall, der hat damals mir gesagt, als wir unterhielten uns über die UG und ich habe ihm das geschrieben, dass ich eine UG gründen will, dann hat er mich erstmal angerufen und gesagt, warum? Zählt. Was der Hintergrund ist. Dann hat er sich das angehört und dann sagt er irgendwann zu mir, ja, das macht Sinn. Würde er tun. Aber, sagt er, eine UG wird nicht automatisch vererbt, weil er selber ist Fach, ich weiß nicht, wie das schimpft, für Unternehmensnachfolgen. Ja. Gibt es irgendwie so einen Fachwirten für und den hat er jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht, ich glaube noch gar nicht so lange. Auf jeden Fall wies er mich darauf hin, dass wenn ich quasi und überhaupt, so kam ich eigentlich zu diesem Testamentsthema, was mich ja lange beschäftigt hat und das habe ich gemacht wegen dieser blöden UG, weil das im Mustervertrag wiederum nicht vorgesehen ist. Mhm, genau. Ich hätte es jetzt vorsehen können, dann hätte ich die drei Euro, die ich jetzt quasi für das Testament, aber das hätte ich ja eh gebraucht, insofern ist das alles also in Ordnung. Ja, das ist nicht geregelt, das stimmt, aber ich bin der Meinung, ich habe irgendwo einen Satz, was ist, wenn ich Gesellschaft da aufnehme? Da gab es, bin ich der Meinung, irgendwo eine Klausel, ich versuche sie gerade zu finden, die das Ganze regeln wollte, sollte. Vielleicht habe ich deswegen auch vier Seiten, nicht nur zwei. Aber egal, ich finde es gerade nicht, nicht auf die Schnelle jetzt, ich müsste das jetzt alles durchlesen, die vier Seiten, das wird zu viel. Ja, nee, alles gut. Aber ja, das ist richtig, das sind so zwei Punkte, die sind im Musterprotokoll nicht vorgesehen. Und bei der UG hast du natürlich, natürlich kannst du mit einem Euro oder drei, vierhundert Euro gründen und es muss immer Bargeld sein, ne? Du kannst nicht mit Sacheinlagen. Richtig, nein, ich kann nicht mit Sacheinlagen, genau, das ist auch richtig, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, wie zukunftssicher ist die UG, also ich verstehe jetzt darunter, ob die zukunftsfähig ist, dass es die auch langfristig gibt, also diese Form langfristig gibt. Das wird es, glaube ich, immer geben. Achso, ich wollte mich gerade sagen, weil ich würde nämlich, spätestens wenn die Limited mit dem Brexit weg ist. Die hat ein ganz großes Fragezeichen im Moment, weil da ist da auch die ganzen Dienstleister, die innerhalb von 24 Stunden die Limited immer anbieten, diese ganzen Internetportale, die ich ja mittelschwer furchtbar finde, die halten sich ja ganz dünn bei dem Thema, ganz dünn, weil es nichts geregelt gibt zurzeit. Wo die May nicht mehr da ist und Boris mit Trumps Hilfe an die Macht kommen soll, wäre, jetzt sind wir wieder politisch, egal, wäre. Ich habe mich schon gewundert, wann du wieder anfängst. Ah ja, muss ich ja zwischendurch, ich muss meinen Standpunkt noch vertreten, guck mal, ich bin mit 30, so wie andere Leute mit 60 offenbar. Das hast du vorhin schon bei dem Lied. Egal, auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt stehen geblieben, wenn die Limited, also wenn der Brexit kommt und der Brexit ungeregelt läuft, werden sämtliche Limited-Gesellschaften, also es gibt sicherlich welche, die lieben das Risiko und die finden es mit Sicherheit, die würden es weiterführen, aber in dem Moment hätte die UG, also die Form, Gesellschaftskapital, ähm, was denn wollte ich jetzt hinaus, die Gesellschaftsart, ähm, der hätte die UG voll, also die würde mit einmal, glaube ich, voll die Blütezeit hier bekommen. Jeder würde eine blöde UG gründen. Klar, aus, äh, Rechtsunsicherheit, logischerweise. Es gibt auch wieder viele, die, glaube ich, diesen Zusammenhang wieder gar nicht erkennen, dass der Brexit in Gänze was mit ihrem eigenen Business zu tun haben. Und ich kenne hier einige Limited, auch teilweise Mischfunk, äh, Mischvarianten, also Limited und Co. KG. Oh, sowas gibt's? Äh, natürlich, da sie ja, da sie ja europäisch gleichgeschaltet ist, kannst du sie natürlich genauso auch als Komplementär einer, einer Kommoditgesellschaft einsetzen. Das ist doch gar kein Problem. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, aber gut. Du kannst, genauso wie du eine UG und Co. KG machen kannst. Ja, das kann ich, ja, das ist. So, also, da sie ja gleichgesetzt ist, gibt es die Limited und Co. KG. Also, äh, hier auch bei unserem Landkreis Stade gibt's einige Limited und Co. KG. Aha. Ja, und viel Spaß. Und das sind keine kleinen Unternehmen. Also, ich hab einen Kunden, einen guten Kunden, der hat eine Limited, den hab ich irgendwann mal vor kurzem mal gefragt. Ich sag, Mann, sag ich, wenn jetzt der Brexit kommt, was machst du mit der Limited? Unter Pause, oder was? Ich wollte gerade sagen, meine Antwort war ungefähr diese und, ähm, dann kam irgendwann, ja, warten wir mal ab. Ach so, ach, die Variante. So wie die bei DSGVO ist für mich nicht relevant. Oder doch? Ja. Ja, also, ganz bestimmt war es nicht. Er sagt dann irgendwann, ja, da müsste er sich dann überlegen, was er daraus macht. Ähm, ich glaube, seine neue Gesellschaft, die er jetzt hat, also, parallel zu dem, zu der Limited, ist, glaube ich, jetzt eine richtige GmbH. Aber, nee, so ein richtiger, also, ich glaube, so einen richtigen Plan haben, da hat sich, ich glaube, da wird es sicherlich Leute geben, die sich dazu Gedanken gemacht haben, die wahrscheinlich ihre Limited auch schon lange abgeschafft haben und daraus eine UG gemacht haben. Aber, es sind wahrscheinlich die wenigsten. Das ist so wie ein Mehrweg und Einweg. Ja, naja, aber zumindest spannend und ich glaube, dass diese Frage auch ewig immer gestellt wird. Also, ich erlebe es in meiner Praxis, weil ganz oft ja die erste Sache sowieso ist, A, was ich so was steuern, sparen. B, ich möchte nicht haften, somit automatisch immer sofort die Kapitalgesellschaft und da ich ja kein Geld habe, also nehmen wir die Limited oder die UG, dass dann, wenn ich zur Bank gehe und dann muss ich natürlich auch viel Geld haben, also suche ich mir eine Bank, die dann einen Kredit gibt. Ich muss sowieso erstmal eine Bank suchen, die mir einen Kredit gibt, wenn ich mich, wenn ich neu gründe, das ist ja schon kompliziert genug, besser über andere Wege. Aber das sollte mal ein Thema für einen anderen Podcast sein, wenn ich dann sage, ja, wenn du dann bei der Bank bist und wenn du tatsächlich Geld bekommst, ne, also A, toi, 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 und B, die lassen dich ja nicht raus ohne persönliche Bürgschaft. Nee, richtig. Ja, wie, persönliche Bürgschaft. Ja, ich sage, damit du persönlich haftest. Ja, aber ich gründe doch die Kapitalgesellschaft, damit ich nicht persönlich hafte. Ja, teufelskreis. Ja, ja, trink deinen Kaffee mal aus. Also, das ist echt so, wow, Leute, das ist ungefähr genauso, wenn man irgendwie, wenn jemand auf einen zukommt, den kenne ich nicht näher und er sagt, Mensch, leih mir doch mal 1000 Euro. Das ist sowieso die Frage, wenn ich den nicht kenne, warum soll ich den 1000 Euro leihen? Und wenn er dann sagt, ach, übrigens, ich stehe auch gar nicht persönlich dafür gerade, dass das Geld wieder zurückkommt. Also, ich bin kein Freund von Banken und das wissen die Banken, mit denen ich zusammenarbeite auch und auch die Banker, mit denen ich so privat zu tun habe, wissen das auch. Was hast du noch gleich gelernt? Bankkaufmann. So, aber auch genau deswegen, weil ich das alles kenne. So, und dementsprechend, da muss ich aber wirklich eine Lanze für die Banken brechen. Natürlich muss dann irgendeine Sicherheit sein, weil ich kann nicht sagen, ich hafte für nichts, will aber alles. Will aber alles, ja. Das ist so ein bisschen wie ein kleines, trotziges Kind. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und also, da bin ich wirklich ganz klar dann auf der Seite der Bank. Das erste und einzige Mal wahrscheinlich auch. Ja, Wort zum Sonntag, hätte ich was gesagt. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Aber wie gesagt, es gibt ja genug Möglichkeiten, auch eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ohne großes Geld, notfalls mit einem Euro und Privatvermögen. Deswegen, ich würde es halt nicht machen. Jeder rät hier davon auch ab und jeder gute Steuerberater rät auch einem davon ab. Aber ich finde, wenn ich denn, also 1000 Euro ist jetzt, ja, ich kann auch ganz normal das Gewerbe gründen, ja. Also, es ist halt wirklich immer die Frage, macht das Sinn? Und das wird auch keiner einem so pauschal beantworten können. Wie gesagt, es gibt manchmal gute Gründe, warum man eine Kapitalgesellschaft gründet. Und ich habe immer gedacht, wenn ich genug Geld habe und Kapital habe, dann muss ich ja mein Kapital irgendwo in der UG oder GmbH, alles Blödsinn. Vor zehn Jahren war das mal ein Gedankenspiel. Gut, da war ich ja jung. Und ich hatte noch gar kein Geld, aber... Visionen. Ja! Ja, da war ich auch eine Vision, dass die GmbH definitiv dein Ansehen verbessert. War das nicht Helmut Schmidt, der mal sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen? Kann sein, würde zu ihm passen irgendwie. Das weiß ich ja nicht, gesagt nicht, aber ja, würde... Ich meine, ja. Du, ich gucke schon wieder auf die Uhr. Was? Und wir haben mal hier schon locker unsere Stunde wieder überrissen. Och, aber Moment. Ja, du kannst gerne abbrechen danach, aber dein McDonald's-Mann, was macht denn der? Oh, mein McDonald's. Ja, doch, stimmt. Es wird völlig merkwürdig. Es wird völlig merkwürdig. Ich habe doch erzählt, unterbrech mich, wenn ich falsch liege, ich habe doch von dem Zweiten erzählt, ne? Ja, genau. Der an dem gleichen Platz saß und so weiter und so fort. So, ich war jetzt wieder da und yes, der Erste war wieder da. Okay, ja. Wieder mit seinem dicken Headset. Er hat ja echt so, hatte ich ja erzählt, so ein Gamer-Headset, so mit schwarz-rot und so. Und telefonierte und hatte wieder seinen Rucksack verteilt und seinen Helm verteilt, dass der Nebenplatz wieder nicht belegt werden kann oder soll und sonst irgendwie. So, und ich habe mich dann da ans andere Ende gesetzt. Natürlich so, dass ich ihn noch sehen kann. Und dann kam das, was ich bis heute noch endgeil finde. Der Zweite, von dem ich erzählt habe, kam dann später rein. Nein. Mit seinem Täschchen, wo sein Laptop drin ist und mit seinem, der hat nicht so großes Headset, der hat so diese Knöpfe im Ohr und ein Mikrofon da baumeln, so ähnlich wie dieses Headset für Handys. Handy. So, hatte er schon bereit, kam rein, freudestrahlend und blieb mitten im Raum, wirklich mitten im Raum stehen, sah, in Anführungszeichen, sein Platz war besetzt. Ah, nein. Die kennen sich gar nicht. Die kennen sich nicht. Völlig verzweifelt. Drehte sich dann so im Raum um und stellte fest, dass nur in der Mitte noch so zwei, drei Plätze frei waren, weil Mittagszeit war. Und außenrum so die Plätze, wie immer im Restaurant, außenrum sind die Plätze als erstes belegt. Und da war alles voll und ja, im Raum wollte er wahrscheinlich auch nicht sitzen. Gefühlte 10, 15, 20 Sekunden drehte er sich nur in dem Raum hilflos hin und her und er ging raus. Nein. Ohne was zu bestellen, ohne irgendwas, er ist einfach wieder gegangen. Ja, wie geil ist dann das? Früher oder später schreibe ich, glaube ich, ein Buch über Coworking in Fastfood-Restaurants. Du, never ending story. Also ich finde es schon fast traurig, wenn da irgendwann nichts mehr passiert. Ich hätte es auch sehr gefreut, wenn die sich gekannt hätten und dann nebeneinander telefoniert hätten. Ja. Geil. Die Frage ist ja tatsächlich, ob dann irgendwie McDonalds mal zusätzliche Service-Dienstleistungen anbietet, dass die vielleicht dann auch so die Telefonzentrale übernehmen oder so. Ja. Wir kommen bei McDonalds. Einen Moment, wir verbinden. Ich wollte ja sagen, ihre Verbindung wird gehalten. Please hold the line. The person you are calling is temporary not available. Ja. Er bestellt noch. Hast du noch was für unsere Playlist? Unsere Hitliste? Äh. Nicht vorbereitet war. Ne. In der Tat habe ich heute nichts vorbereitet. Ich hatte zwar vorhin kurz gezwungen. Wir haben ja hier jetzt Sarah Connor und ... Ja, alles gut. Dafür haben wir ja letztes Mal irgendwie die Liste richtig vollgeballert. Ne, das eine war mir nur wichtig. Das ist drauf. Und ich will noch eine Scheißidee loswerden. Ach so, ja. Ja, erzähl mal. Es hat auch wieder ein Amerikaner. Der wollte ein ... Oder der hat sich dem Problem gegenüber gesehen, dass es, wenn man eine Melone im Supermarkt kauft, die ja sehr kompliziert zu tragen ist, weil sie im Einkaufskorb halt sehr schwer ist. Und auch dann in der Einkaufstüte, wenn man sie nach Hause tragen will, ist es halt sehr schwierig. Und er wollte Geld sammeln. Ich überlege gerade, wie viel er insgesamt haben wollte. Da bin ich wieder nicht vorbereitet. Nichtsdestotrotz, er wollte einen Melonentragegriff. So mit Stretch, den man dann um die Melone rumbauen kann und oben ein Griff isst. Womit man dann die Melone nach bester Dirty Dancing Version, ich habe eine Wassermelone getragen, wollte er entwickeln und ja, sieht einfach, in grün ist dieser Tragegriff, passend zur Wassermelone, sieht selten dämlich aus. Er hat immerhin von sechs ... Was? Von sechs Leuten hat er 280 Dollar ... Ah, Entschuldigung, ich sehe es gerade. Er wollte 25.000 Dollar haben. Und 280 Dollar hat er bekommen. Hat also dann doch nicht geklappt. Oh. Dieser Melonengriff. Manche Leute, ey. Boah. Nein. An dieser Stelle sollten wir den sonnigen Tag, wir sind ja heute am Freitag und am Sonntag kommen wir erst wieder raus. Und ohne Bademantel heute. Wir sind heute ohne Bademantel. Ohne Bademantel, weil das ist mir viel zu warm heute im Bademantel, sorry, das geht gar nicht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich es mir antue. Und da habe ich gedacht, boah, wenn du dann eine Stunde sitzt und in diesem Bademantel trinkst, dann gehst du rein. Wir säßen in unserer eigenen Suppe, das geht gar nicht. Und ich habe mich daraufhin dagegen entschieden, nächstes Mal dann wieder mit. Es sei denn, wir haben wieder so einen heißen Tag wie heute. Aber, ja, ich wollte das kurz nochmal erwähnen, dass der Bademantel normalerweise ja immer dabei ist, aber heute ... Nee, nee, nee. Das machen wir dann für die Interviews im YouTube-Channel irgendwann mal. Irgendwann ist der Bademantel. Ja, irgendwann kommen wir da nochmal hin. Das stimmt. Ja, gut. Okay. Schöne Pfingsten. Dir auch, ne? Und genau, schöne Fahrt und alles, was du da so vorhast. Ole, ole. Eine Rheintour, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Das Wetter soll traumhaft werden. Vielleicht einen Sonnenbrand mir einfangen. Ich finde, das würde es machen. Du, für so einen Programmierer-Kellerkind ist ein Sonnenbrand quasi, ja, ein Weltwunder. Ja, ich könnte ein paar Scheren an die Finger dann kriegen, dann wäre ich vielleicht über eine Kappe. Ich könnte drüber nachdenken. Okay. Also, an alle Zuhörer, dann ... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.